Moin! Moin zusammen! Das ist Lukas und wir fahren mit dem Fahrrad nach Vietnam. So ist es. Starten tun wir am 1. Mai in Münster und fahren dann kontinuierlich nach Hanoi, also nach Vietnam. Der erste Tag ist aber selbstverständlich über Paderborn, Weltmetropole und Ursprung unseres seltsamen Fahrradfahr-Dings. Das war so ein Pfingst-Trip. Unsere allererste Tour ging nach Paderborn. Ich habe da studiert und wir dachten, wir gucken mal, wie weit man so Fahrrad fahren kann. Bis nach Paderborn geht's. Dann fahren wir nach Berlin, Warschau. Dann nach Litauen, wo wir überhaupt gar nicht wissen, was es da so gibt. Hunde. Wilde Hunde, glaube ich. Wilde Hunde wahrscheinlich. Vilnius heißt, glaube ich, die Hauptstadt. Da wollen wir kurz sein. Dann geht es weiter nach Lettland. Dann nach Russland. Genau. Von Russland dann weiter nach Kasachstan. Und dann kommt noch China. China. Das ist ein kleines, beschauliches Land. Da fahren wir durch, sind wir fast da und dann sind wir in Vietnam. So ist die Idee. Das ist die Idee. Wir werden jeden Tag mit dem Fahrrad fahren. Wir haben Zelte dabei. Wir werden es campen wahrscheinlich. Da habe ich gehofft. Lukas kommt damit nicht ganz klar. Nee, campen lässt du es nicht. Wir haben zwei separate Zelte. Haben das vorher schon mal ein paar Mal gemacht in Frankreich für zwei Wochen. Italien auch mal. Habt ihr ja im letzten Video gesehen. Es waren immer kleinere Touren von knapp 1.000, 1.200 Kilometern. Diesmal wären es 12.000. Und da haben wir uns gedacht, wir machen da mal ein kleines, besonderes Ereignis raus. Und zwar kann man über eine Crowdfunding-Plattform für diese Aktion ein bisschen Geld spenden. Sind wir ganz ehrlich, 30% gehen an uns. Einfach darum, dass wir abends mal ein Bett haben oder ein warmes Essen. Es wird auch ganz bestimmt unvorhersehbare Reisekosten geben, was auch immer passieren wird. Aber 70%, also von jedem Euro spenden wir 70% an zwei Initiativen. Die eine ist die Gerald Asamoah Stiftung und das andere ist Exit Deutschland. Genau. Das eine, der Gerald Asamoah kümmert sich um herzkranke Kinder und Exit Deutschland kümmert sich gegen Nazis. Kümmert sich gegen Nazis. Sagt man so. Oder auch um Nazis. Kümmert sich um Nazis? Damit die immer wieder geradeaus denken. Genau. Genau, der aktuelle Planungsstand ist, also im Moment stecken wir tief in der Visa-Organisation. Ja. Und zwar wollen die Russen scheinbar ein Visum. Das ist das erste Land, was ein Visum von uns will. Der Rest ist noch EU. Da ist Lukas im Moment tief drin. Ja, wir waren gerade auf. Eine Rückmeldung, wir versuchen das Visum, nicht das Touristenvisum für 30 Tage, sondern ein Privatvisum für 60 Tage zu bekommen. Dafür braucht man aber eine offizielle Einladung. Wir kennen eine Russin, die das für uns organisiert. Und jetzt warten wir gerade auf die offizielle Einladung vom Ministerium in Russland, dass die uns zugeschickt wird. Das wird aber noch ein paar Wochen dauern und ich hoffe, dass das alles klar geht. Genau, dann ist das nächste Land Kasachstan. Da haben wir festgestellt, dass man gar kein Visum braucht als deutscher Staatsbürger. Manch anderer auch nicht. Das ist ganz gut. Ist halt dann auch für 30 Tage. Wir dachten eine kurze Zeit lang, dass man mit einem Visum ein längeres Visum, dass man mit einem Visum eine längere Zeit dort verbringen kann. Kann man nicht. Also außer man nimmt ein Business-Visum. Wir haben kein Business, deshalb geht das für uns nicht. Also haben wir 30 Tage Zeit, um die zweieinhalbtausend Kilometer durch Kasachstan zu fahren. Machen wir dann halt. Und dann rollen wir nach China. Die sind nicht ganz so abgefahren wie die Russen, aber auch ein bisschen anders abgefahren. Man kriegt ein Touristenvisum für 30 Tage. Gar nicht so schwer, aber man muss dann jeden Tag nachweisen, wo man sich aufhalten wird. Und aufhalten wird. Wo man sich aufhalten wird. Können wir nicht. Können wir nicht. Wir fahren halt jeden Tag. 30 Tage dann irgendwelche Hotels zu buchen. Wir haben aber Gott sei Dank einen Kumpel in China, der uns einladen kann. Und da kriegen wir jetzt ein Visum für 59 Tage. Den Brief haben wir Gott sei Dank schon. Und ja, dann haben wir 59 Tage mit 5000 Kilometer. Wird sportlich, weil da auch noch ein, zwei Hügel auf uns warten. Die Malaya ist natürlich, habe ich gehört. Das heißt, ich malere ja das Große. Wir fahren da so. Wir versuchen es zu vermeiden. Aber es lässt sich nicht vermeiden. Ich werde ein bisschen spoilern über den Mount Everest, wenn wir nicht fahren. Nee, aber K2. Vielleicht. Ich will da nichts. Wir haben Eisbickel dabei. Und Schneekennen. Genau. Zwischendurch versuchen wir hin und wieder ein kleines Video zu machen. Oder keine Ahnung, was man sonst so posten kann. Was man heutzutage so macht. Und ein bisschen zu erzählen, was wir so für verrückte Sachen erleben. Oder was uns kaputt geht. Oder was uns für blöde Sachen passieren. Oder wenn uns langweilig ist, erzählen wir wahrscheinlich auch irgendwas. Oder wenn wir fluchen. Oder wenn wir fluchen. Bei Bergen fluche ich manchmal. Und Lukas flucht bei allen anderen. Genau. Das ist es eigentlich schon. Am 1. Mai, wenn wir starten, haben wir, glaube ich, am Anfang gesagt. Dann werden wir uns wahrscheinlich relativ zeitig nochmal mit irgendwas melden. Spätestens aus Paderborn. Da gibt es wahrscheinlich schon eine Menge zu berichten. Selbstverständlich. Und im Oktober sind wir dann hoffentlich in Vietnam. Genau. In diesem Sinne. Prost. Bis dann. Ne, machen wir das Video nochmal von vorne. Weil das war Rotz. Das war Rotz, ne? Aber das war ein guter Einstieg. Das war Rotz, ne? Das war Rotz. Das war in dem Sommer. Das war gar MICHAEL.